Besser ist besser. Ich passe nicht hinein. Mögen sie einander auf die Köpfe steigen. Ich ziehe die Tür hinter mir zu und trete ins Freie. Ich gebe nicht so viel darum, mich herumdrücken zu lassen. Ich habe mich nicht aufgedrängt. Was soll mich jetzt aufdrängen? Ich habe keinen Vertrag mit dem lieben Gott. Naja, was sind deine Träume und deine Wünsche und deine Ziele und was steckt in dir drin und was geht in deinem Kopf vor und woran glaubst du und was ist für dich der Sinn des Lebens? Das ist mein Erich. Oh Hanne, das Kleid. Es ist einfach wunderbar. Wenn sie mich nicht in meinen Entscheidungen unterstützt, dann ist sie nicht die Richtige für mich. Was ist mit Elisabeth? Ist sie auch Teil von dem großen Plan? Von deinem Gott? Du hast niemanden vergessen und der liebe Gott hat auch dich nicht vergessen. Eine Ruhe, eine Zufriedenheit. Johann, du brauchst mir nur den kleinen Finger zu reichen. Schnee weiß kannst du werden, ehe sich der Augenblick wieder so günstig zeigt. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand.